Wir reisen als Tabellenführer zu RB Leipzig. Und an Moinzen zum Vorbericht zum Spiel am Freitagabend. Wir reisen als Tabellenführer zu RB Leipzig, die mittlerweile seit sechs Jahren schon in der Bundesliga sind. Das ist tatsächlich schon, ja, leider schon eine Weile bisher, wie sie schon hier in der Bundesliga am Start sind. Auf jeden Fall mindestens Champions League als Ziel, tabellarisch, trotz natürlich dem schlechten Start jetzt erstmal. 0 zu 1 bei Mainz verloren, die es ja einfach leidenschaftlich runtergerungen haben. Leipzig da aufgetreten in 4, 2, 3, 1. Mussten auch einiges auf dem Transfermarkt machen, einiges kompensieren. Bisschen genauer oder, ja, bisschen gedoppelt, ein bisschen genauer ist es dann natürlich auch in meiner Saisonprognose noch drin zum Klub. Haben eben zum Beispiel das Verteidigungsloch, das Upamecano und Konaté hinterlassen, haben gestopft durch Quadriol und durch Simakhan. Haben André Silva geholt, der vielleicht ihre Sturmmrobleme lösen könnte. Neuer Trainer ist da natürlich auch am Start mit Jesse Marsch, der eben auch, ja, die RB-Schule einfach sich kennt, kam ja von der RB Salzburg. Also, jetzt mal diesen ersten Spieltag weggelassen, geht trotzdem RB Leipzig von jeglichen Voraussetzungen in den letzten Jahren klar als Favorit in dieses Spiel. Und wie gesagt, wir stehen aktuell nach eben dem Kantersieg, nach dem 5-1-Aufladen gegen Fürth, tatsächlich auf Platz 1 der Tabelle. Leipzig ist geteilter 13. nach 0-1 in Mainz. Im Pokal übrigens, ja, souverän, weil er kommt mit 0-4 bei St. Hausen, die Leipziger. Die haben nun uns zu Gast, dann geht's gegen Wolfsburg und danach kommen die Bayern nach Leipzig. Für uns natürlich, ne, Leipzig erstmal. Dann das Heimspiel gegen Freiburg und danach reisen wir auswärts nach Frankfurt. Gegen Leipzig können wir generell auf natürlich eher weniger Spiele zurückbringen, auf weniger Torelle. Natürlich haben wir da generell eine schlechtere Bilanz, weil Tabelle und vom Kaliber her Leipzig letzten Jahre einfach was anderes war als wir. Haben generell noch nie gegen Leipzig gewonnen und spezifisch eben immer auf die passende Partie schauen wir immer. Eben Auswärtsspiele bei Leipzig sind es drei Niederlagen aus drei Spielen und, ja, 0-5 Tore. Wir machen an der Stelle einen kurzen Kader-Check. News sind neu, dass Kalajic und Kulibar jetzt zurück im Mannschaftstraining sind. Und auch Milo schon möglich, dass er im Kader stehen könnte. Und auch, um immer selbst so ein bisschen einen Überblick zu machen, habe ich auch den Rest reingenommen, den man quasi auf transfermarkt.de finden kann. Und Beyaz ist vermutlich am 29.08. halt dabei, also sein erstes Spiel, was er machen kann, wenn er dann spielberechtigt ist. Voraussichtlich die Rückkehr bei Mangala und Armada steht der siebte, neunte drin. Bei Cissé ist es der fünfzehnte, neunte. Sila steht beim ersten zehnten drin. Und Eckloff und Führig beide beim fünften, zehnten. Und Sanko eben noch länger, ne. Nathai fehlt auch noch. Und Karasso habe ich jetzt keine genauere Info. War ja nur muskulär, also kann schon passen für die Startelf am Freitag. Auch hier eben wieder aus Zeitgründen vor der PK. Also mal gucken, ob da noch was kommt. Und deswegen tatsächlich an der Startelf keine Änderung. Es ist nur möglich, dass es halt ein Clement für den Karasso spielt. Wenn eben Karasso verletzt ist, würde ich Clement quasi für ihn einsetzen. Aber sonst steht dieser schöne Spruch, never change a winning team. Unsere Prognose dürfte wir immer abstimmen im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid. Sieg und G. Nierlager und natürlich jegliche Meinung, jegliches, ja, alles zum Spiel. Rein in die Kommentare damit. Und ganz phrasenschweinmäßig können wir, glaube ich, alle fest davon ausgehen, dass das ein ganz anderes Spiel wird als gegen Kreuter Fürth. Fürth war ein sehr wichtiger Spiel. Schöner Auftakt, einfach wirklich traumhaft. Und halt einfach am Ende des Tages auch ein wichtiges 6-Punkte-Spiel um den Klassenerhalt. Aber eben einfach nicht das Kaliber von RB Leipzig. War natürlich an Mainz gesehen, dass man mit einer leidenschaftlichen Leistung Leipzig durchaus bremsen kann, stoppen kann in ihrem Fußball. War natürlich auch das Heimspiel für Mainz. Wir müssen auswärts an Leipzig, sagen wir mal was ganz anderes. Trotzdem tippe ich mal euphorisiert, dass auch unser geschwächter Kader den Punkt abbringen kann. Deswegen tippe ich hier mal auf ein 1 zu 1. Und zum Abschluss hier wird immer noch der gesamte Spieltag getippt, den ihr auch so ganz genau gleich auch getippt in unserer Kicktipp-Runde seht. Der natürlich auch noch läuft. Kicktipp AFM VfB. Da gerne reinschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den Stream am Freitag. Wie gesagt, muss ich auch nochmal sagen, wird auch in der Ankündigung stehen, dass das bei mir quasi, ja, direkt auf Anpfiff wird, wenn ich sogar ein paar Minuten später, weil ich eben erst am 8. Schicht aus habe, noch einen Heimweg habe. Deswegen wird es recht eng werden, aber das Spiel wird gestreamt. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.